ja gleich geht's auf dem see erstes mal stand up paddling mit unserem neuen und mal gucken wie sich das alles gestaltet schweine schwer auto ist voll beladen und dann gucken wir mal vom aufbau bis zur ersten fahrt habe noch nie drauf gestanden auf so ein ding da sind wir klasse am straußsee der zap wird aufgeblasen heute erste fahrt probieren wir mal aus gleich zu zweit doch da kommt mir drauf und da machen wir unsere ersten erfahrungen mit luft in tandem 15 fuß wahnsinnig schwer also wir gehen ins auto rinnen raus und so ja wir schneiden gleich auf unseren wagen und fahren dann zum see und lassen es zu wasser so 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 so